Musik Hey Leute, heute ist Sonntag, ähm, machen uns gleich fertig und machen uns auf die ungefähr 4-5 stündige Rückfahrt vielleicht, vielleicht sogar länger, weil Stau ist oder so nach Magdeburg. Und von dort aus fahre ich dann wieder mit dem Fernbus nach Leipzig. Ich komme irgendwann nach 16 Uhr an, glaube ich, wird dann schnell die Videos fertig schneiden, rendern und hochladen. Okay, auch rein. So, nach 2 Stunden ungefähr angekommen, anstatt von 5 und wir haben hier so eine coole Ruine. Wo irgendwie alles über das Dach wächst, so an Bäumen und Sträuchern. Sieht richtig nice aus gerade. Leider sind die ganzen Tore und Türen natürlich zu. Okay. Und, wie man schwer erkennen kann, bin ich wieder zu Hause. Ich bin echt froh. Es war echt problematisch manchmal. Also, wir sind jetzt ein bisschen nach Magdeburg gefahren mit dem Wohnmobil und dann, ähm, mussten wir da leider bestimmt 4-5 Stunden warten, weil wir dachten, wir brauchen so lange, weil wir so lange auf dem Hinweg gebraucht haben. Aber nö, wir waren, glaube ich, um kurz vor 12 sogar schon da oder halb 12 oder so. Und kurz vor 15 Uhr würde erst der Bus fahren. Und, naja, auf jeden Fall haben wir dann so unsere Zeit verdrödelt. Ähm, und dann bin ich mit dem Bus nach Leipzig gefahren. War ganz okay. Klimanave, super. Vielen Dank, Flixbus. Das war echt gut. Andererseits, Steckdose geht nicht, weil Generator nicht geht. Wahrscheinlich, weil es zu heiß ist. Und Internet war scheiße jetzt auf dem Rückweg. Hinweg, super Internetverbindung, fast gar keine Abbrüche. Okay, okay, vielleicht mal hier und da so ein Loch oder so. Aber sonst, ich konnte YouTube-Videos gucken. Ich kann da alles machen. Was ist hier? Nichts. Ich konnte vielleicht mal ganz kurz den YouTube-Kanal aufrufen. Gucken, wie die Sachen so laufen. Und, ähm, WhatsApp konnte ich nehmen. Und Twitter konnte ich, glaube ich, auch benutzen. Und das war's eigentlich soweit. Aber, ja, juh, ne, jetzt bin ich da. Und auch hier diesen Umstieg von Klimaanlage im Bus. Äh, dann nach 31 Grad Schmüllluft draußen. Es ist echt... Ich war so froh, als ich jetzt hier angekommen bin. Es ist schön kühl in meinem Zimmer. Ich hab schnell Schalosien runtergemacht, damit das auch so bleibt. Und ich hab den Freitag-Vlog, hab ich, glaube ich, fast fertig. Ich freu nur noch rendern. Und wenn ich es schaffe, äh, lade ich den heute noch hoch. Weil irgendwie wollte mein MacBook das irgendwie zwei Stunden rendern aus irgendeinem Grund. Muss ich mal gucken. Dann den Samstags-Vlog hab ich auch fast fertig. Und, ja, jetzt diesen hier. Den, den muss ich dann auch noch schneiden. Ja, super. Ähm, mal schauen. Würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder. Haut rein. Auf eine neue Woche. Oh mein Gott. Und vielen, vielen Dank für 713 Abonnenten. Leute, es, es geht mal irgendwie höher. Es ist krass. Es ist, Leute, ihr seid super. Macht weiter so. Vielen, vielen Dank. Und ich will mich natürlich über eine Bewertung freuen. Aber ich kann es auch verstehen, wenn sie nicht so gut ausfällt. Weil heute so gut wie gar nichts passiert ist. Dann würde ich sagen, bis morgen. Ciao. Musik 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 Vielen Dank.